Am vergangenen Samstag haben über 70 Künstler ihre Waren auf dem Kunstmarkt am Tübinger Nonnenhaus präsentiert. Die hübsch dekorierten Stände boten alles, was das Kunsthandwerkerherz begehrt. So gab es eine große Auswahl an Schmuck, Bundenstoffkreationen und Filzarbeiten. Aber auch kreativ erstellte Kunstwerke sowie Kleidung durften nicht fehlen. Die Stände haben zahlreiche Besucher angelockt, die sich bei schönem Wetter die verschiedenen Waren angeschaut haben.